Musik Wir haben eine klare Vision, die ist einfach formuliert. Wir wollen das nachhaltigste Unternehmen der Welt werden. Ich bin Wolfgang Teichmann, bin einer der Gründer von KTW Technology. Wir sind ein Start-up, gegründet wurden wir im Oktober 2017. Und zwar sind wir Zusammenschluss aus mehreren Ingenieuren, die aus der Raumfahrt, aus der Formel 1 und aus der Wehrtechnik kommen und Managern aus der Wirtschaft. Eine Vision, die richtet sich wie bei allem natürlich schon nach den Anwendungen. Wir möchten sicherlich einer der führenden Anbieter in den entsprechenden Bereichen sein für unsere Lösungen. Das heißt zum einen, dass wir auch bestimmte Anwendungen revolutionieren mit unserer Technologie. Dass wir uns in dem einen oder anderen Bereich auch eigene Märkte, eigene Bereiche dann auch definieren, wo wir dann führend sein wollen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!